Läuft? Läuft. Kamera läuft? Kamera läuft. Bild ab. Schalke spielt. Gerade ist Halbzeit. Kurze Zeit für ein Whisky Video. Ja gut, das hat Lokalkolorit. Also das ist jetzt... Das nehme ich. Ja, surprise, surprise. Ich begrüße euch mal recht herzlich zu einem neuen Whisky Plausch. Ich bin wieder auf der richtigen Seite. Ich bin der Detlef und der Esel zuerst. Auf der anderen richtigen Seite der Jonas. Grüßt euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Prima. Finde ich gut, dass ihr dabei seid. Wir haben keinen Whisky auf dem Tisch. Das hat so den Hintergrund, dass ich den Jonas überraschen wollte. Ich wollte ihn mal lächeln sehen. Ich möchte ihn einfach mal lächeln sehen. Und ich werde jetzt mal ganz kurz eben aus dem Bild verschwinden. Ich hole den Whisky und ich hole die Karte und er kann sich dann schon mal drauf vorbereiten. I don't know anything. I just know that we will drink Whisky tonight. Ja, für unsere englischen Freunde. I hope it will be a good one. And I hope you will enjoy it. But I don't know what we have... Oh, now I know. What we will drink tonight. So. Kilchomen Madeira Cast Machen Whisky. Kilchomen. From the Isle of Deutschland. Eila. Jetzt müssen wir wieder umschalten hier auf Deutsch. Genau. Wir haben heute einen Genova-Doppel. Ich weiß, dass mein Kollege, der Herr Jonas mit der Herr Asterix gerne rauchige Whisky's trinkt. So is it. Da hatte ich mal nachgeguckt. Ich habe gedacht, vielleicht können wir es mal kombinieren. Seine Freude am Piet, die bei mir ja auch nicht unbedingt... Ich mag die ja zum Teil auch. Zum Teil? Ja, zum Teil. Ich habe immer gesagt, nur Piet? Nö. Da muss da noch was anderes drin sein. So. Und Kilchomen hat eine Abfüllung rausgebracht, das ist eigentlich die... Das ist die 22er-Abfüllung, die eigentlich 21 abgefüllt wurde. Ist ein bisschen komisch, ging ein bisschen hin und her, diese Geschichte. Die haben einen Teil am Jahr 21 abgefüllt. Dann sind denen die Bullen ausgegangen. Wie das so häufig war in dieser Zeit. Wir kennen die Geschichten aus den verschiedensten Brennereien. Auf einmal fehlte nicht die Ware, sondern Glas oder Kartonage und der Whisky kam nicht auf den Markt. Und dann haben die 22, ich glaube im Januar 22, haben sie den dann weiter abgefüllt. Die haben erst, glaube ich, verschickt in... Auf jeden Fall nicht hier nach Deutschland. Man kann sie ihn nicht hier sehen. Und deshalb ist halt eigentlich die 21er-Abfüllung, die 22 erschienen ist. Wir haben Ex-Madeira-Fass, das ist natürlich was für ein Detlef. Auf jeden Fall. Dann ist die Flasche sowieso Kilchomen, ist für mich immer ein bisschen kontrovers. Das versuche ich gleich mal zu verschweigen. Aber jetzt machen wir das Ding erstmal offen, ne? So ist es. Und dann gucken wir mal da... Vielleicht kurze, kurze Facts, die ich mir jetzt aus dem Ärmel schütteln muss, weil ich wirklich bis gerade nicht wusste, was wir heute trinken. Nein, das ist, wenn so eine Sache passiert hier, das ist schon echt. Ja. Das gibt es jetzt irgendwie, das... Ähm... Also keine Recherche von meiner Seite vorher. Alles, was wirklich Hard-Facts sind, kommt heute vom Detlef. Was ich aber sagen kann, ist, ich freue mich darüber. Ich stehe auf... Bietet Whisky, das hat der Detlef in den letzten über drei Jahren jetzt mittlerweile gut erkannt. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ein aufmerksamer Zuhörer unseres YouTube-Kanals. Ich stehe auf Whiskys von der Insel Eiler. Und Kilchomen ist eine verhältnismäßig junge Brennerei auf der Insel. Ja. Die zeigen, wo sie herkommen, die von vornherein gesagt haben, wir wollen authentischen Eiler-Whisky machen mit Lokalkolorit, mit ordentlich Piet in verschiedenen Abfüllungen. Egal ob Core-Range oder jährlich neu aufgelegte, so wie hier, ne, jährlich neu aufgelegte Whiskys, so wie auch zum Beispiel beim 100% Eiler. Wird ihm gefallen. Ähm... Immer wieder, ne, dieser goldene Fleck hier. Dieser goldene Fleck hier ist Eiler. Mhm. Und da kommt der Whisky her. Wir haben hier mal die Schottland-Karte nochmal ganz kurz, sag ich mal so, rein hypothetisch, nur aus dem Gedächtnis hier reinhängen. Dann ist hier, sag ich mal, Schottland, hier oben sind so die Highlands, da die Lowlands. Hier ist die Space-Side und hier sind die Inseln. Die inneren und die äußeren Hybriden. Mhm. Und da ist Eiler. Okay, mehr vielleicht hier so. Ja. In dem Bereich. Ja, wir haben, wie gesagt, eine, das ist eine Batch-Abfüllung. Ich gehe jetzt auch mal an die technischen Daten genau dran. Wir haben ein Madeira-Fass, das ist mehrere Fässer. Mehrere Fässer, dann eine Batch-Abfüllung. Das ist eine Batch-Abfüllung, das ist eine limitierte Edition auf 17.000 Flaschen. Das ist nicht wenig, aber eigentlich... Aber für den Run, der da drauf geht, ist das schon mal legitimiert, recht fix limitiert, diese Geschichte. So, und wenn der abverkauft ist, dann hat sich das natürlich auch... Aber dann kommt nächstes Jahr ein neuer. Dann kommt nächstes Jahr vermutlich ein neuer. Vermutlich ein neuer. Wir haben 50 ppm, 50 ppm, 50 Volumenprozent, genau. Und First Fill Ex Madeira Hoxhead. Und das ist dann wieder so eine Sache, was mich dann anspricht. Ich sag mal, so ein Mörder-Fass, so ein Süßwein-Fass Madeira. Ich finde es richtig gut. Und dann mit einer Rauchnote häufig... Eigentlich die perfekte Kombi, ne? Die Süße und Rauch wiegt sich alles so ein bisschen gegenseitig auf. Rauch und Frucht sollte geil werden. Also die Erwartungen jetzt gerade sind sehr hoch. Mal schauen, ob ihr mich heute lächeln seid. Okay, Vorbereitung abgeschlossen. Check. Dann schauen wir mal, ob und was der so kann. Wir sind jetzt ein bisschen schnell. Ich würde dann eigentlich auch erst etwas länger stehen lassen. Oh. Ich bin jetzt schon überrascht, weil ich muss jetzt einfach mal bestehen, ich hatte den Kilholmen Loch Gorm, hatte ich mal. Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben bei Kilholmen die Core Range. Die besteht aus dem Maquia Bay. Okay, das sind Ex-Bourbon-Fässer, hauptsächlich, sage ich jetzt mal. Ja, und Spritzer. Spritzer, irgendwas, Sherry. Aber hauptsächlich Ex-Bourbon. Dann hast du den Snake. Genau, wo das Verhältnis sich so ein bisschen verschoben hat. Mehr Sherry, weniger Bourbon. Weniger Bourbon. Genau. Und dann den Loch Gorm. Und da ist das Verhältnis dann komplett anders. Ja, da hast du, ich glaube, wir... Oloroso-Sherry. Genau, einen richtig, richtig hohen Sherry-Anteil und einen sehr geringen Bourbon. Oder gar keinen Bourbon mehr. Aber auf jeden Fall baut sich die Core Range so auf. Es sind alles Dieter und Whisky. Ich weiß jetzt aus dem Bauch auch nicht, ob da noch ein Bourbon mit drin ist. Und der Loch Gorm ist auch eigentlich eine limitierte Abfüllung, die aber auch jedes Jahr neu rauskommt. Ja. Der existiert jetzt. Und den fand ich, den muss ich einmal niedermachen, fand ich ein bisschen traurig, weil der Rauchgehalt so stark bei dem Loch Gorm war, zumindest bei der Jahresabfüllung, die ich hatte, dass die Fruchtnoten erschlagen wurden. Und erst nach Zugabe von Wasser kehrte sich das Ganze um. Kann es sein, dass wir den auch mal vor der Kamera getrunken haben? Den Loch Gorm? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es nicht. Mittlerweile so nach drei Jahren habe ich auch so ein ganz klein wenig den Überblick verloren. Aber ich glaube, wir haben den Machia Bay gehabt. Das war es. Den hatten wir auf jeden Fall vor der Kamera. Den können wir euch auch gerne da unten einblenden. Und ob wir den Loch Gorm haben. I don't know. Wenn ja, dann blenden wir es nochmal ein. Wenn nicht, dann ist jetzt keine Einblende. Aber bleiben wir erstmal hier. Heute Madeira. Heute Madeira. Madeira Batchabfüllung 2021. Es ist ein geiles Gleichgewicht. Man merkt sofort den Rauch. Und der ist überhaupt nicht zu leugnen. Aber es ist eine super glatte. Also wenn ich sage super glatt, dann meine ich Nutella Glas öffnen, Deckel aufdrehen, diese Folie abmachen und auf dieses wirklich, diese Oberflächenspannung an Nutella mit dem mini kleinen Kringel in der Mitte zu blicken. Das meine ich mit glatt. So glatt, fruchtig ist dieser Whisky-Gal. Jetzt, ehrlich, irgendwann gebe ich dir mal so einen Orden für, also das ist wirklich richtig gut. Obwohl wirklich von der Optik her hat das richtig was. Ja, ne? Diese Oberfläche von der, so ein jungfräuliches Nutella Glas geöffnet. Wenn man da drauf guckt, das hat was. Ja, und so glatt, ausgewogen und geschliffen sind die Früchte hier drin gerade. Das ist wie eine Erdbeere ohne Steine. Ja, ohne Körnchen an der Seite, das stimmt. Also es ist schon, muss ich jetzt sagen, Rauch, Rauch, Süße, Frucht harmoniert sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Eine super Harmonie und ich glaube auch, dass dieser Rauch so ein bisschen dieses Ruppige, was man manchmal von den Früchten hat, was so heraussticht. Ruppiges von den Früchten, das ist ja keine Granate. Ich würde jetzt wieder eher sagen, Ruppiges vom Rauch. Aber Früchte haben ja auch, oder das Fruchtaroma hat ja manchmal so, dass es sehr stark oder dominant ist, oder bissig, oder bissig, vielleicht ein bisschen frisch oder kitzelig, dass das alles durch den Rauch gerade einfach glatt geschliffen wird, weil der nämlich dieses eckige, ruppige und kantige reinbringt und dadurch die Früchte einfach super glatt und weich wirken. Erdbeeren, Pfirsiche, Rosinen, Rosinen weniger, aber wie gesagt, das ist also wirklich so ein Erdbeerbrei, ich weiß nicht, wo man sich den Rauch so als Nebel vorstellen kann, wenn der so über Omas Erdbeerkompott marschiert. Wer kennt es nicht, den Nebel, der über Omas Erdbeerkompott marschiert? Den, jetzt sag nicht, nee. Wäre auch ein geiler Filmtitel, oder? Der Nebel, der über Omas Erdbeerkompott marschierte. Smoke over Grandmas, wie heißt es nochmal Erdbeer, Strawberry Marmalade. So, es geht um eine Familie, es ist ein Zwiegespräch in einem Raum, es geht um eine Familie und der Enkel arbeitet mit seiner Großmutter bei einer Zigarette, die die Großmutter die ganze Zeit raucht, die ist am Quatschen ohne Ende und der Enkel isst halt dieses Erdbeerkompott und stellt seiner Großmutter die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Darum geht es in dem Film. Also ich werde aufpassen, ich werde wirklich aufpassen, dass du nie in deinem Leben ein Drehbuch schreibst. Das wäre die Story. Das wird der Sat.1-Film-Film des Jahres. Ja, okay, naja. Sollen wir einfach mal? Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt und ich freue mich auch. Also, ja. Prost. Sláinte. Ja, geil. Jetzt muss ich auch sagen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, nach der Erfahrung mit diesem Loch Gorm bin ich Kill Homan immer Kill Homan. Man hat immer das Bedürfnis, da CH zu sprechen. Kill Homan heißen die. Bin ich den... Müsst du den skeptisch gegenüber? Ja, skeptisch und denen auch wirklich ausgewichen. Dass ich gesagt habe, nee, ich hole mir erst mal keinen irgendwas und jetzt habe ich mal gesagt, okay, First Will Madeira, da komme ich also ganz schwer um die Kurve und schlecht drum rum. Ja. Und es ist wirklich erstartet mit genau dieser Gelee-artigen Fruchtigkeit, die man erwartet. Also ich habe im Start, habe ich, sage ich mal, erst diesen Rauch. Ich habe die Holzkohlebrocken, ich habe die Asche, die Asche, die erst rumfliegen, sich dann legen und dann kommt der gesamte unheimlich geile Rest durch, ohne dass der Rauch verfliegt, ohne dass der weg ist. Er ist noch da. Dann hast du wirklich auch dieses, du hast diese Erdbeeren, du hast diese Früchte, du hast die Marmelade, die da durch ist, richtig, richtig gut. Also bei mir war diese anfängliche Rauchnote gar nicht da. Der startete wirklich super süß, ein bisschen wie schon aus dem heißen Pott gegessen, also wirklich mit Wumms und mit Kraft, warme Marmelade oder warme Gelee. Super ungesund, sollte man niemals tun, das zu essen, aber ungefähr so schmeckt das. Schmeckt gut, ne? Und dann rollt sich dieser Rauch so auf und der wird immer mehr. Kennt ihr diesen minimalen Citrus-Touch, den man hat, wenn man Erdbeeren oder Pflaumen isst, dass da immer so ein bisschen Säure mit drin ist. Ja, ist ein bisschen Säure. Und damit endet das, mit diesem Rauch und diesem kleinen Citrus-Touch in Kombination super geil ausgewogen und irgendwo im Hintergrund immer noch dieses Gelee, fruchtig, erdbeerige, leicht aprikosige Aroma, was am Anfang knalle saftig, saftig trifft es halt auch gut, knalle saftig da war. Ein Whisky? Ich freue mich da gerade so. Ich muss auch sagen, was mich unheimlich fasziniert, ist, dass im Normalfall, gerade bei den I Love Whiskys, dass man dann zum Schluss immer sagt, ja okay, jetzt habe ich noch den Rauch. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, dass wirklich zum Schluss der Rauch dominiert. Es ist noch süße da, ja. Ich habe auch noch andere, also Firstfell für Madeira hat einiges gemacht damit, selbst bei 50 ppm, was ja nicht gerade wenig, ist da die schon eine Hausnummer. Ne, muss ich jetzt wieder sagen, muss ich eine Lanze brechen für die Jungs. Ja, fünf Jahre gelagert, da hat der Whisky echt einiges hingekriegt. Schmeckt, macht Spaß. Ja, der hat auch Arsch in der Hose, richtig, das ist wieder, das ist aber auch ein bisschen Eiler Whisky, das merkst du natürlich auch. Definitiv, mit einer ordentlichen Rauch und Rute, die ordentlich durchballert und einfach Spaß macht. Ja, das soll es gewesen sein. Okay, Schluss mit Lustig, der Spaß ist zu Ende. Wir sind raus. Ich lächle, es hat geklappt und ein schöner Whisky und wir wünschen euch auch immer einen schönen Whisky im Glas, passt auf euch auch. Selbst nicht. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao. Was wir nicht gesagt haben, ist, dass der 93 bis 108 Euro kostet und da sind wir natürlich wieder bei einem einträgendes, einweinendes Auge. So viel Kohle, aber ist lecker. Aber ist lecker. Jetzt ist aber auch, jetzt gehen wir da draußen, kriegen die 33 Grad mit und dann werden wir wahrscheinlich laut singend durch die Gärten torkeln. Wir haben 10 vor 8, wir sind seit 9.30 Uhr dabei. Stimmt nicht. Nicht gelogen. Zum Glück nicht. Aber jetzt plausch ich mal wieder aus dem Nähkästchen. Wir machen mal ein Nähkästchen, plausch. Ich stelle mal zur Nähmaschine auf dem Tisch und dann nähen wir noch was. Das war kein Nähkästchen, das ist dann wie ein Nähmaschinenplausch. Ja. Was ist das? Die alte Gartung. Das war kein Nähmaschinen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017